Aha History – 10 Minuten Geschichte Welches Inselvolk fiel fast einer Lachkrankheit zum Opfer? Wie wurden Hunde zu Haustieren? Und warum war in Großbritannien jahrelang Weihnachten verboten? Im neuen Weltpodcast Aha History – 10 Minuten Geschichte beantworten wir eure Fragen zur Vergangenheit. Ich bin Wim Ort und jeden Montag und Donnerstag gehe ich mit euch auf Zeitreise. Im Podcast beantworte ich Fragen zur Vergangenheit, die ihr euch schon immer gestellt habt. Und zwar nicht allein, sondern mit Historikern und Zeitzeugen. Wir stellen euch Menschen vor, die in keinem Schulbuch auftauchen und die trotzdem Epochen geprägt haben. Außerdem gehen wir Mythen auf den Grund und wir sprechen über kleine Zufälle mit weitreichenden Folgen. Und das alles in nur 10 Minuten. Aha History – 10 Minuten Geschichte Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns am besten schon heute, damit ihr keine Folge verpasst. Ich freue mich auf euch. Ein 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 An